Erfolg für Bilbao zu sein, 2 zu 0 für die Gastgeber, für Eikmar, er kurz muss, dass ich Setzenwahl werde, weil er nämlich das erstmal verdauen muss für diesen zweiten Treffer, der Gastgeber, Klasse durchgesetzt, der ist allerdings natürlich abgefälscht, Haps macht ihn rein, Bofeda, der Rechtsverteidiger, der den Platzverweis in Augsburg, und dann schlägt's ein und es schlägt 13 in Augsburg, denn jetzt sind sie nur noch zu 10, alle von beiden.